So, jetzt vielleicht ein bisschen freundlicher. Geht das irgendwie so? Der Junge kann es, der Alte nicht. Jetzt komm, lass dich doch mal ein bisschen locken. Na, habt ihr jetzt schon gelacht? Ja, ein bisschen, komm. Ja, mal ein kleines. Letztes Bild. Super. Schwer zum Scharf stellen, weißt du? Ich bin doch schon scharf genug. Ich bin doch scharf genug. Freundlicher? Geht das? Nicht so richtig, gell? Kompliziert, oder? Ja. Schau mal so, als ob du vor dem Straßenkaffee stehst und 50 Teenies rumstehen. Danke. Ja, das ist schwierig mit dem Format, ne? Entschuldige bitte, ich bin so gewachsen. Aber wir schneiden noch ein bisschen. Ja, ja. Oder strecken. Strecken wäre in meinem Fall vielleicht das richtige. Ach, das ist ja ein Rungsfoto. Das ist ja schön. Das Schlechtste ist es nicht, ne? Ja, das Schlechtste ist es nicht, ist schon mal besser als Scheiße, ne? Ja. Und Rauchmelder geht auch nicht rein, oder was? Das ist Wasserdampf. Kann ich das noch mitnehmen ins Hotel nachher. Da bin ich nicht froh. Kannst du machen. Das ist nicht, Rocher. Hopfeteifel. Du musst ja eigentlich Geschmack raussuchen. Das ist gut. Im Flugzeug rum? Im Flugzeug. Wasserdampf. Ja, kein Problem. Und dann kann man endlich auch wieder mit der Bahn fahren. Das ist ja nur für die speziellen Situationen. Also Zug, Flugzeug, Gewahrsam. Und Gewahrsam ist es weg. Ich kann mich nicht, dass ich mich nicht schaue, in deritye, das mich nicht schaue. Ich kann mich nicht schaue. Warum, ich kann mich nicht schaue. Vielen Dank.